Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und guten Abend. Coop ist auch Ihr Partner in praktischen Wohn-Ideen. Wir haben Ihnen ein paar Sachen mitgebracht. Transport sicher verpackt und bequem zum Mitnehmen. Das ABC Einrichtungssystem von Coop. Ein Hit in Preis und Qualität. Hätten Sie gedacht, dass man eine ganze Wohnwand, 3 Meter breit, 2 Meter hoch, mit 3 Schubladen, 5 Kästchen und etwa 7 Regale, so bequem nach Hause nehmen kann? Und das ist nur einer dieser vielen Vorteile des ABC Einrichtungssystems Coop. Das Montieren zu Hause ist so einfach, dass es richtig Spass macht. In jeder Packung hat es eine Montageanleitung. Alles was Sie brauchen, sind Schraubenzieher. Und dann kann es losgehen. Zuerst werden die Kästchen-Elemente zusammengeschraubt. Und dann wird das Trager-Element am Boden gelegt. Und die vorbereiteten Kästchen werden dran geschraubt. Und dann kommen noch die zweiten Trager-Elemente drauf. Und schon ist der erste Teil fix und fertig. Und dann kann man weiter kombinieren, wie man will. Die Möglichkeiten des ABC Einrichtungsprogramms wie Coop sind unbeschränkt. Man kann sich zum Beispiel die 32-teilige Wohnlandschaft einrichten mit zwei Sessel-Schlafelementen. Oder so eine Kastenschubladenkombination, die löst sicher viele Platzprobleme. Und ganz praktisch ist diese Variation als dekorative Garderobe. Das Fotoibett werden Ihre Gäste besonders schätzen. Und mit dieser Schreibtischkombination haben Sie ein eigenes Büro. Sie sehen, Coop ist auch Ihr Partner für praktische Wohnidee. So, auf Wiedersehen miteinander. Ah, fast hätte ich es vergessen. In der Coop-Zeitung dieser Woche finden Sie das Inserat. Hier sind die 22 Verkaufsstellen drin, wo Sie das ABC-System bekommen. So, jetzt danken wir Ihnen für das Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bei Coop gibt es jetzt die Armenstrumpfhose besonders günstig. Zwei Paar Avela Madame für nur 5,90. Zwei Paar Avela Charme für nur 6,90. Zwei Paar Avela Ideal für nur 4,90. Und ein Paar Stützstrumpfhose Avela Bell Form für nur 7,90. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 600 Gramm tiefgekühlten Goldstarrspinat für 1,50. 500 Gramm Kuchenteig für 1,30. Und 500 Gramm Blätterteig für 1,50. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 10 frische Schweizer Eier statt 3,60 nur 2,70. Ein Kilo Lavalet Trauben für nur 1,90. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Herren Leibli und Herren Slip aus 100% Baumwolle in fünf verschiedenen Farben für 5,50 bis 6 Franken per Stück. Je nach Grösse. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. 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 Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.